Die Internationale Deutsche Schule Brüssel ist eine besondere Schule. Wir sind als exzellente deutsche Auslandsschule zertifiziert und unterrichten in familiärer Atmosphäre nach deutschen Lehrplänen. Kinder ab zweieinhalb Jahren besuchen unsere bilinguale Vorschule. Die deutsch-französischen und deutsch-englischen Gruppen sind Orte kultureller Vielfalt. Fast 50 Prozent unserer Familien sind mindestens zweisprachig. Für uns ist jedes Kind einzigartig und bereichert unsere Schule. In unserer Grundschule leben wir besonderen Wert darauf, dass die Kinder eigenverantwortlich und problemorientiert arbeiten. Dafür unterstützen und fordern wir sie in kleinen Gruppen. Kinder, deren Muttersprache nichts Deutsch ist, werden durch intensive Sprachförderung schnell in unser Schulleben integriert. Auch für die Oberschule gilt, individuelle Lernwege zeichnen unsere Schülerinnen und Schüler aus. Sie erreichen regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse beim internationalen deutschen Abitur, das ihnen den Weg zur weltweiten Universitätslandschaft verfügt. Alternativ bieten wir das Fachabitur und den Realschulabschluss an. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist unsere Schule mehr als ein reiner Lernort. Wir bieten mit fast 30 Arbeitsgemeinschaften ein vielseitiges Nachmittagsangebot, durch das die Kinder ihre sportlichen, kreativen und musikalischen Talente entfalten können. Als deutsche Auslandsschule legen wir Wert auf gelingende Übergänge, Anschlusskompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler und interne Durchlässer. Unsere pädagogische Arbeit unterstützt unsere Familien bei ihrer Mobilität. Gleichzeitig bereiten wir unsere Absolventinnen und Absolventen gezielt auf den Wechsel in ihr Berufs- und Studienleben vor. Und auch unsere Familien finden schnell Anschluss. Sie bringen sich ein und machen die UBSB damit zu dem, was sie ist. Ein kultureller und kommunikativer Treffpunkt in das Land weltweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017